Ich hatte einen Traum, so als würde mich jemand rufen. Es war das Gold, das mich rief. Gold. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Das ist nicht die App, sondern der Podcast, den es schon viel länger gibt als die App, auf die ich nicht hinweisen möchte, weil die illegal ist. Ja, ich begrüße in der Leitung den Chris. Hallo Chris. Halli, hallo, hallöchen. So, heute sind wir zu zweit, das heißt komprimiertes Wissen, keine langen hin und her. Heute kommen wir schnell zum Punkt. Wir waren in der Sneak, hatten dort den Film Gold. Wie soll das auch anders sein? Wir kriegen nicht Silber, wir kriegen nur Gold. Natürlich. Ja, und dann haben wir beide zufällig noch den gleichen Film auf Sky gesehen, ohne es zu wissen. Wir haben es jetzt gerade im Dokument festgestellt, über den reden wir später. Cates Filmrätsel, das werde ich heute mal übernehmen. Ich habe mir schon was rausgesucht, weil Kate kann ja leider nicht dabei sein. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gold in dem Film geht es um eine Firma, die Edelmetalle findet oder versucht zu finden und abzubauen in den USA. Und der, die heißen irgendwie Wells oder sowas. Und der Sohn des Firmen, des Firmengründers, also ja, ist Matthew McConaughey, spielt er Kenny Wells. Und das spielt so, oder der Film fängt an Anfang der 80er Jahre. Da sehen wir schon, dass die Firma, ja, läuft ganz okay. Und die haben halt so diverse Claims gekauft und buddeln da halt nach irgendwelchen Bodenschätzen. Und die haben halt immer noch dieses Thema, dass die, um so ein Claim zu erschließen, ziemlich viele finanzielle Mittel benötigen. Und die treiben sie dann eben ein, indem sie irgendwelche Anteile vorher verkaufen. Quasi können irgendwelche Spekulanten darauf ihr Geld setzen, ob das erfolgreich sein wird oder nicht. Die hatten in der Vergangenheit wohl ganz gute Erfolge, dass das halbwegs gut läuft. Dann macht der Film so einen Sprung, irgendwie so Ende der 80er Jahre. Der Vater ist mittlerweile verstorben und Matthew McConaughey leitet die Firma, die aber nicht mehr in diesen schönen Räumlichkeiten ist, die wir zuerst gesehen haben, sondern die betreiben das mehr oder weniger von so einer Art Bar oder Kneipp, wo die ganze Truppe da drin sitzt. Und die einen, die telefonieren halt in der Gegend rum und versuchen halt finanzielle Mittel aufzutreiben, um neue Bohrungen zu machen. Und Matthew McConaughey, der fährt halt immer zu Banken und versucht auch so Kredite zu bekommen. Und es läuft alles sehr, sehr schlecht. Und das geht wirklich ziemlich den Bach runter. Und die Firma wird auch an der Börse gehandelt. Allerdings ist das eher so ein Penny Stock, also wirklich so für ganz wenig Geld kann man da Aktien erwerben. Aber es macht eigentlich keiner, weil die Firma ist einfach nicht erfolgreich. Mit seinem allerletzten Geld, was er hat, fliegt er, Matthew McConaughey fliegt nach Indonesien, um dort jemanden zu treffen, so eine Art, ja, so jemand, der quasi so Edelmetalle erspüren kann. Der hat schon mal einen riesigen Kupferfund dort gefunden in Indonesien und ist dadurch eine Berühmtheit in diesem, in dieser Peer Group da, in dieser Goldgräber Peer Group. Und den will er besuchen und den will er überreden, weil der hat schon immer mal so eine Vorstellung gehabt, dass an einer bestimmten Stelle im indonesischen Urwald, dass da größere Goldvorkommen sind. Und keiner hat ihm so richtig das Geld gegeben, um dort mal zu graben, beziehungsweise hatten die dort schon so Probebohrungen, die waren aber nicht so erfolgreich. Und deswegen hat sich auch kein anderer getraut, dort mit einzusteigen. Er trifft ihn und die machen das ganze Ding. Und Matthew McConaughey wirft seine Maschinerie an, damit er irgendwie das Geld beschafft. Er beschafft aber erstmal nur einen Teil davon. Also eigentlich wollten die irgendwie, wie viel, 750.000 Dollar brauchen sie, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Gerade mal irgendwie 250.000 zusammen. Und das auch von, ich sag mal so, dubiosesten Geldgebern, um so vorsichtig zu sagen. Und das ist aber dann erstmal egal. Und sie fangen dann dort an. Das ist nur die Frage, wie viel man da eigentlich erzählt. Er holt sich dann dort noch aus Versehen, was heißt aus Versehen? Er erwischt noch die Malaria und liegt dann mal so im Delirium eine ganze Zeit lang. Und es steht wirklich alles... Aus Versehen erwischt ihn die Malaria. Ja, ja. Ich hab's selber gemerkt, dass die Formulierung nicht richtig war. Deswegen hab ich ja noch korrigiert. Und er liegt dann so im Delirium und dann passieren halt noch einige Dinge. Und ich will's mal nicht zu sehr, weil den Film können noch einige in der Sneak bekommen. Und vielleicht wollen manche so reingehen, auch in den Film aktiv, ohne Sneakets. Das Ganze macht auf jeden Fall ein ziemliches Auf und Ab. Also das ist quasi einmal bis nach ganz oben zurück und wieder hoch. Und sonst wo, ich sag jetzt nicht, wie es dann ausgeht. Aber das macht einige dynamische Verwicklungen, werden da mitgebracht in dem Film. Und es passiert da so einiges, was man nicht vorhergesehen hat. Und natürlich, wie man es auch schon aus irgendwelchen alten Westernen kennt, wenn Gold gefunden wird, dann zeigt sich dann auch der wahre Charakter von bestimmten Menschen, wenn dann plötzlich der Reichtum einkehrt. Und so ist es hier auch. Und viel mehr will ich jetzt eigentlich erstmal nicht erzählen. Hab ich noch irgendwas Wesentliches vergessen? Mit seiner Frau vielleicht die Geschichte? Ja, die Geschichte mit seiner Frau, die ja gespielt wird von Bryce Dallas Howard. Die kennen wir ja aus. Welchen Blockbuster von 2015? Blockbuster von 2015? Jurassic World, vollkommen richtig. Gut erkannt. Also ich kenne auf jeden Fall Bryce Dallas Howard. Die ist ja die Tochter von Ron Howard. Die hat ja in diversen Filmen mitgespielt. Die hat ja auch bei The Help und so hat die mitgespielt. Aber ich wusste jetzt nicht, ob der 2015 war. Ja, einmal mit Profis arbeiten, du weißt ja. Sehr gut, ja. Ne, die Geschichte kann man vielleicht noch erwähnen, die Liebesgeschichte oder halt diese generelle Sache, wo da ablief, weil das war auch ja durchaus ein Faktor während des Filmes oder auch in der Geschichte. Also wie halt auch das Auf und Ab, es nicht nur beruflich geht, sondern halt auch in der Beziehung dann auch merklich geht. Und ja, also es war insgesamt eine runde Sache, muss ich sagen. Ja, dann wollen wir das doch mal nicht unerwähnt lassen, was du meintest. Also er hat von Anfang an, als es ihm, oder während die Firma bergab geht, hat er schon eine Freundin, die er dann auch heiratet. Und sie steht das dann quasi alles so mit ihm durch bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ändern sich auch die Menschen so ein bisschen, vielleicht kann man es so sagen. Insgesamt, als der Film anfing, oder wir hatten ja eine relativ, oder ich hatte eine relativ gute Vermutung, dass der Film kommt. Und die Kate hatte, ich hatte ja auch keinen Trailer geguckt zu dem Film. Die Kate sagte zu mir, ja, sie hat den Trailer gesehen und sie fand ihn so lustig. Und als dann der Film irgendwie begonnen, habe ich gedacht, der wirkt jetzt nicht so, als würde der jetzt irgendwie noch großartig lustig während der Film. Und ich meine, es gab eine Stelle, da hat das Saal gelacht, aber das war auch das Einzige. Der Rest war eigentlich so ein Biopic, was so geschwankt ist zwischen, ja, man freut sich so ein bisschen mit, aber gleichzeitig schwingt auch so ein unbehagliches Gefühl mit, dass es bald wieder nicht mehr so gut ist. Und ja, also irgendwie ging es mir die ganze Zeit so, ja, so dynamisch auch wie der Hauptfigur. Allerdings, dadurch, dass die Hauptfigur selber irgendwie so relativ ätzend dargestellt wurde, konnte ich mich jetzt nicht ganz so richtig mit ihm freuen oder mit ihm leiden. Wie ging es dir da? Also ich muss sagen, dass Matthew McConaughey das für meine Begriffe unglaublich gut gespielt hat. Also wie du das gesagt hast, diese ätzende Hauptfigur, er ging dir einfach, teilweise hast du mitgefühlt mit ihm, auf der anderen Seite ging er dir einfach nur noch tierisch auf den Keks. Und es war auch so ein bisschen Fremdschämen vielleicht manchmal dabei über die ganze Art und Weise, aber dann doch wieder, wie du siehst, dass es dann doch, er sich einfach tierisch innerlich freut und das auch nach außen trägt und dann doch so ein bisschen mehr wie ein kleines Kind wieder rumrennt und dann im nächsten Ding wieder knallhart und wieder im Business arbeitet oder im Business drin ist. Also fand ich ganz cool dargestellt. Also Matthew McConaughey hat es in meinen Augen mal ziemlich rausgerissen, weil solche Rollen musst du auch erst mal spielen, solche Schmierlappen, kann man vielleicht so sagen, die du sowohl verabscheust irgendwo, aber, also man soll ja generell nicht mit Menschen machen, aber trotzdem, aber zur gleichen Zeit auch mit dem irgendwie mitfühlst und dich dann ganz am Ende, ich sage jetzt nicht mit welchem Gefühl du rausgehst aus dem Film, aber ich denke, das ist eine Kunst, da hinzukommen. Und das fand ich, hat Matthew McConaughey super hingekriegt. Ja, großartig. Also der hing ja ständig an der Flasche, muss man so sagen. Das war ja, konnte ich stellenweise schwer ertragen, also dem seine Alkoholsucht, die ja je schlechter seiner Firma ging, desto stärker war sein Alkoholsucht und dann teilweise, wenn dann irgendwelche Investoren da ihn überreden wollen zu was und er will eigentlich nicht und dann stellen sie ihm ein Glas hin und wo man denkt, nein, nimm's nicht, nein, mach's nicht. Das sind dann so Sachen, wo ich mich immer frage, ey, merken die Leute das eigentlich nicht, dass der Alkohol ihnen ganz doll schadet. Aber nee, die Leute merken es einfach nicht, aber es war gut dargestellt und auch Zigaretten ständig, was der da gequalmt hat. Ja, an einer Tour, aber das waren halt die 80er, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das waren halt die 80er, das war extrem gut reingepasst, also hat alles super reingepasst und wie gesagt, er hat einfach auch durchgezogen. Also ich fand es unglaublich, glaubwürdig auch. Ich fand auch gut sein, wie hieß denn der Typ da, der Goldsucher da, der, den da, Mike Acosta, gespielt von Edgar Ramirez, den fand ich eigentlich auch ganz gut. Der hat echt gut gespielt, der wird ja dann so ein bisschen sein, sein bester Kumpel und ja, die gehen dadurch dick und dünn, aber es steht halt auch alles auf wackeligen Füßen, ja, diese Freundschaft, ne? Ja, auf jeden Fall, den fand ich auch, hat gut gespielt. Und ja, die Frau, also, ja, die Bryce Dallas Howe, den fand ich auch sehr gut. Also richtig auf 80 Jahre die Frisur und so, das hat alles so gepasst, ne? Ja, aber auch immer noch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen wirkt es wie einfach so die Dorfpomeranze. Ja, genau, wenn sie so gelaufen ist bei dieser Feier. Ja, die ist halt immer so herrlich breitbeinig dahergekommen. Bumm, 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 rumgestark. Ja, die ist richtig gestapft, also die ist richtig dahergestapft und das fand ich ganz cool. Also wie gesagt, einfach eine runde Sache. Ja, ein schöner, also auf jeden Fall für den Sneak, ein toller Film, auch wenn er ein bisschen länger geht, also irgendwie jetzt über zwei Stunden, zwei Stunden, eine Minute steht hier, aber kann man den Sneak durchaus mal machen und ist ein idealer Sneak-Film. Also wenn er den irgendwo bekommt, auf jeden Fall tolle Darsteller dabei, eine interessante Story. Jetzt nicht, ich glaube, es ist nicht der, also für mich war es jetzt nicht der riesengroße Wurf, wäre jetzt auch nichts gewesen, wo ich gesagt hätte, da muss ich unbedingt ins Kino rein oder den kaufe ich mir jetzt auf DVD oder Blu-ray oder irgendwas. Aber ich finde es toll, dass ich den gesehen habe, aber mehr ist auch da nicht. Ja, zweimal musst du den, glaube ich, nicht sehen. Nö, man weiß ja dann, also das ist auch so ein Film, ja, wenn man dann einmal weiß, ja, wie es ausgeht, dann braucht man den eigentlich nicht nochmal gucken. Was ich aber das Gute fand, hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. Und ich habe die ganze Zeit im Film gedacht, das ist gut, dass man den Typ nicht, oder dass ich den Typ nicht kannte. Weil, ich sage mal, wenn du jetzt über irgendwelche bekannten Persönlichkeiten, ich habe ja letztens hier Jackie Kennedy oder so den Film geschaut, da weißt du ja alles, was da so passiert ist. Und ja, hier, ich habe es nicht gewusst. Also ich bin mir auch sicher, viele Amerikaner kennen den nicht. Und das finde ich halt gut. Ja, da war ich jetzt wieder vorsichtig. Also dadurch, dass es ja auch an der Börse ein Mordsding war und... Ja, aber 80 Jahre ist so lange her. Guck mal, das sind auch schon wieder 30 Jahre her. Was wüsstest du denn, was hier vor 30 Jahren in Deutschland irgendwie an der Börse macht? Wenn es einen größeren Börsencrash gegeben hätte, dann wüsste man das vielleicht schon. Ja, ich glaube so. Aber, weil die deutsche Geschichte besteht hauptsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg von dem her. Ich fand es gut auf jeden Fall, dass ich den Typ noch nicht kannte und auch seine Geschichte nicht und nicht wusste, wie es ausgegangen ist. Und ich fand es gut, wie der Film endet, ohne das jetzt irgendwie nennen zu wollen, wie es endet. Das hat den Film irgendwie relativ rund gemacht und so ein schönes Kinoerlebnis auf jeden Fall. Ja? Ja. Das gebe ich dir recht, ja. Habe ich schon hier... Du hast nicht getippt, nein. Du hast gar nicht nachguckt. Ich weiß, dass du nicht getippt hast. Punkte gegeben, meine ich? Ja, meine ich ja. Also Punkte eingetippt hast. Ich weiß, dass du nicht getippt hast. Dann muss ich mich jetzt mal entscheiden hier. Wo ist hier unsere Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe? Die es jetzt seit einem Jahr gibt. Seit einem Jahr, hey. Yay. Konfetti. Aus Freude mein Mikro weggehauen. Sekt aufmachen. Ich glaube, ich gebe auch mal 8 von 10. Ja, ich fand den gut. Was hast du? Auch mal ist gut. Ich habe ihm auch 8 gegeben. Das hast du wahrscheinlich gerade gesehen dann, ne? Nee, ich habe ihn nicht. Kate hat 70. Also ich habe ihm 8 gegeben. Ja, die spielt sich ja alles im oberen Rahmen ab hier. Also da hat ja keiner schlechter als 6 gegeben hier. Gut. War anscheinend eine gute Sneak. Ja. Wenn wir einmal hier auf Facebook sind. Wie sieht es denn aus mit den Tipps für nächste Woche? Tipps für nächste Woche. Also wir haben den Tipp für die kommende Woche für die Sneak Nummer 891. Und der lautet ein Ausflug ins Kuckucksnest. Und da habe ich schon, während du noch vorne standest, habe ich schon zur Kate gesagt, das kann nur ein Film sein, nämlich Happy Burnout. Und als ich dann zu Hause war, habe ich gesehen, na, es hat schon jemand getippt. Deswegen habe ich nur drunter geschrieben. Ist zu langsam. Genau. Hat schon die Carola, hat das auch getippt. Deswegen und anscheinend hat auch niemand anders noch irgendwie eine weitere Idee oder sowas. Das heißt, das ist der einzige Tipp. Bin ich ja mal gespannt. Das wird sehr spannend. Ja. Das wird sehr spannend. Ja. Was haben wir denn noch so für Filme gesehen? Wir haben ja einen Film, alle beide gesehen. Nämlich Money Monster. Willst du den mal kurz vorstellen oder soll ich mal? Genau. Das überlasse ich sehr gerne dir, weil meine Stimme, glaube ich, etwas mehr gelitten hat im Stadion als dein. Würde ich, ja, kann ich so nicht bestätigen. Meine war auch ganz schön mitgenommen, aber ich kann es gerne machen. Also, es gibt offensichtlich eine, oder es gibt hier in diesem Film gibt es eine Fernsehsendung und die heißt irgendwie Money Monster. Und dort ist ein, so ein Finanzguru gespielt von George Clooney, der immer solche Börsentipps abgibt. Und anscheinend muss das relativ nah dran sein an dem tatsächlichen US-Fernsehen, wo auf diversen Sendern immer irgendwelche Börsengurus Tipps geben. Und wenn dann jemand sagt, hey, die Aktie XY, die ist gut, die solltet ihr kaufen, selbst wenn die Firma, die XY ist, selbst wenn die sich nicht so gut, oder selbst wenn die sich gut entwickelt, durch diese Empfehlung in der Sendung bekommt die natürlich auch nochmal einen Schub, dass viele die Aktie kaufen und dadurch steigt ja der Kurs automatisch. Und das Ganze wird hier ein bisschen auf eine interessante Art und Weise dargestellt, nämlich bei George Clooney, der mal wieder so eine Sendung wegmoderiert und seine Produzentin ist Julia Roberts, schneit plötzlich ein junger Mann ins Studio rein und hat da irgendwie so ein Paket dabei und sagt dann so in der Live-Sendung, mit vorgehaltener Waffe, er soll da so eine Sprengstoffweste anziehen und hat dann auch so einen Totmannknopf, also wenn er den loslässt, wenn ihn jemand wegmacht, dann sprengt er die Weste in die Luft. Das heißt, das SWAT-Team kann da erstmal nichts machen und der junge Mann, wie heißt er, Kyle, ist jemand, der durch so eine Empfehlung von George Clooney viel Geld verloren hat, weil er hat dort investiert in eine von diesen Empfehlungen, wo George Clooney gesagt hat, das ist eine ganz sichere Sache, sicherer als ein Sparbuch und ja, legt da euer Geld hin und die Firma, die ist gut und irgendwie so eine Woche später ist mit der Firma alles irgendwie Bach runtergegangen und die Aktie ganz schlecht und ausgerechnet in dieser Sendung wollte er auch den Firmenchef irgendwie dranbekommen, um mit dem zu reden, warum das so passiert ist, warum das so abgestürzt ist, die Aktie. Aber der Firmenchef, der ist nicht auffindbar, der ist gerade irgendwo mit seinem Jet unterwegs und der Typ, der da reingestürmt ist, will halt oder fordert halt, dass er erfährt, warum eben das Investment doch nicht so war, wie das so versprochen war. Die wollen natürlich erstmal die Sendung vom Sender nehmen, das merkt er aber, der Kyle, sondern sagt halt, nee, soll auf Sendung bleiben und macht halt hier mit vorgehaltener Waffe eine Menge Ballett und die Julia Roberts, die ist über so einen Knopf im Ohr mit dem George Clooney verbunden und sagt ihm halt auch so ein bisschen, was er machen soll, weil der kann irgendwie mit der Situation nicht ganz so richtig umgehen und dann kommt er aber in so einen, ja, in seinen Moderatoren-Modus irgendwie so ein bisschen rein, wo er sich dann quasi für den Kyle kümmert und versucht, da das Investment wieder zum einen zu retten oder dann auch mit diesen anderen, die sich da abgesetzt haben, die er eigentlich interviewen wollte, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also das bleibt dann auch nicht nur im Studio, sondern die gehen dann halt auch noch raus und versuchen dann, die Leute zu treffen. Ich glaube, so viel kann man da mal sagen. Wie fandst du das? Also wir haben uns ja jetzt noch gar nicht so richtig drüber unterhalten. Nee, wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Ich fand's eigentlich, ja, also das Schöne an dem Film fand ich eigentlich, wenn man davon reden kann, dass es was Schönes gibt, dass es gleich am Anfang heißt, als der reinkommt, so, oh, wir haben wieder einen Spinner hier drin, wie kommt der vorbei und bla, bla, bla. Die haben diese Situation wohl schon ab und an mal gehabt und dadurch, dass es alles so herrlich übertrieben immer auch dargestellt wurde, fand ich dann auch diesen Wandel im Film ganz cool. Also dieses zuerst so, oh Gott, wir sind alle bedroht und auch, ich denke da an die Szene mit den Scharfschützen im Studio dann auch, auf wen die dann im Endeffekt zum Beispiel die Scharfschützen gezielt haben. und ich glaube, da wurde dann George Clooney auch relativ schnell klar, was eigentlich Sache ist und dass es nicht unbedingt jetzt derjenige ist, der das Studio gekapert hat, der das Opfer oder dann das Ziel ist, sondern dass er plötzlich auch das Ziel ist. Und ich denke, die ganze Denkweise hat sich bei ihm verschoben und ich finde, das hat man in dem Film ganz gut gesehen und auch dann dieses so ein bisschen Zusammenarbeiten, ich fand es ein bisschen tölpelhaft, teilweise von der Polizei, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir nicht so gefallen, weil, ja, vom Gefühl her waren die ein bisschen dargestellt wie Trottel, aber okay. Ja, aber wie gesagt, also diese Thematik, dass man eben durch solche Finanzshows auch extrem viel Geld verdienen kann und dann natürlich auf Rache sind, finde ich jetzt nicht so unrealistisch, dass sowas auch passieren kann, dass jemand so ein Fernsehstudio kapert und dann wirklich auch für größere Probleme sorgt. Auch das, denke ich, ist nicht unrealistisch. Und von dem her fand ich es ganz cool eigentlich, wie gesagt. Also inklusive diesen ganzen Verwirrungen, Verwochungen, wer dann am Ende warum und was da dahinter steckte und das eigentlich, ja, wäre jetzt zu viel verraten, wenn ich jetzt noch mehr drüber sage. Aber das hat mir einfach gut gefallen, muss ich alles sagen. Also von den Darstellern her, auf jeden Fall handwerklich eine Top-Arbeit. Aber bei mir gab es so ein paar Punkte, wo ich, ja, zum einen, ich wusste die ganze Zeit nicht, wo der Film hin will. Ist es eine Satire? Dann hätte ich mir gewünscht, dass Oliver Stone Regie geführt hätte. Der hätte es noch ein bisschen besser ausgearbeitet. Oder ist es halt wirklich so ein Geiselname, Action, Action, Thriller. Beides ist ihm nicht so richtig gelungen, fand ich. Und die Story hat gerade mittendrin ziemlich gehagelt. Also zum einen, ich habe das George Clooney nicht so richtig abgekauft, dass er da irgendwie so der ganz fiese Börsenmensch da ist, der da am Anfang so reingetanzt mit den zwei Tänzern da rein. Ja, richtig, aber das war ja seine Rolle, ganz ehrlich. Das war ja seine Rolle, die er da fürs Fernsehen gespielt hat. Deswegen, das fand ich ganz cool. Ja, und ich fand dann auch die Auflösung des Ganzen, also worum es da geht, was ich jetzt natürlich nicht verraten will. Ja, die war ein bisschen schwach. Fand ich ziemlich banal. Und das habe ich irgendwie schon, ich weiß nicht, da war der Film, da gab es so die ersten Andeutungen. Da habe ich das schon durchschaut gehabt. Und da habe ich genau gewusst, wie der Film jetzt weitergeht. Und ja, das ist irgendwie dann auch passiert. Ich weiß nicht. Also so richtig mitgerissen hat er mich nicht. Ich bin froh, dass ich da damals nicht ins Kino gegangen bin. Der lief ja längere Zeit, auch ganz erfolgreich. Jetzt auf Sky kann man den durchaus mal mitnehmen. Und wenn der auf Sky läuft, dann gibt es den da bestimmt auch irgendwie auf Blu-Ray. oder in anderen Heimkino-Kanälen da zum Streamen oder so. Da kann man den auf jeden Fall mal gucken. Also es ist jetzt keine verschenkte Zeit, aber hätte besser sein können. War ein bisschen leicht enttäuscht. Okay. Also ich finde deine Zusammenfassung treffend, aber er hat mich nicht so leicht enttäuscht. Weil wie gesagt, ich habe es den relativ abgekauft. Auch klar, das Ende, wie gesagt, war hm. Aber verschenkte Zeit war es auf gar keinen Fall. Also das fand ich absolut nicht. Und der Director von dem Film, das hast du erwähnt, ich weiß es nicht mehr. Das war nämlich Jodie Foster. Das habe ich am Schluss gelesen, ja. Ja. Was ich relativ spannend finde. Dass sie da Regie geführt hat? Dass sie Director war, ja. Ja. Die hat ja schon einige Sachen gemacht, eigentlich. Das ist wohl richtig, ja. Aber okay. Also wie gesagt, ich fand es ganz cool. Ich gebe ihm trotzdem, wegen dem etwas schwachen Ende, gebe ich ihm 6 von 10. Oh, ich wollte auch 6 geben. Du hast so gut gerichtet. Jetzt muss ich nochmal meine Punkte überdenken. Nein, 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 nein. Das passt schon, um Gottes Willen. Mich hat der Film stellweise ein bisschen an The Big Short erinnert. Da waren wir doch mal, war das nicht auch eine Sneak? Das war eine Sneak, ja. Original war so ein Sneak, war das sogar, ne? Genau. Oh, das war auch so, weißt du, mit diesem ganzen, hm, ja. War auch an sich top, waren top Leute drin, gut gespielt und so, aber hat mich nicht so voll mitgerissen. Ist halt so ein Film über irgendwelche Finanzsachen. Ich glaube, der letzte, der mich da so richtig mitgerissen hat, war der alte Wall Street Film. Naja. Aber trotzdem angucken, wenn ihr da irgendwie die Gelegenheit habt. Sehenswert ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Und wir gucken dann doch mal hier, wie es hier in Stuttgart aussieht, was da so anläuft und was hier so im Kino gern geguckt wird. Beginnen mit den Charts hier auf Platz 10 ist Moonlight. Platz 9 ist immer noch die Häschenschule. Jagd nach dem goldenen Ei. Platz 8, Bibi und Tina. Ah, Tuba, Bibi, Tuba, Bibi, Tuba, Bibi, total. Am besten, ich nutze das immer weg. Total. Oh, Platz 7 ist Ghost in the Shell. Ah, den wollte ich sehen. Doch mal irgendwie reingehen. Platz 6 ist Lombok. Sehr empfehlenswerter, lustiger Film. Platz 5, Kong, Skull Island. Platz 4 ist Life. Platz 3 ist Boss Baby, der Film, den ich nicht verstehe, irgendwie. Platz 2 ist Power Rangers, Platz 1 ist die Schöne und das Biest. War übrigens letzte Woche parallel zu Sneak, du hast es glaube ich nicht so ganz mitbekommen, weil du dich ja vorbereitet hast auf deine Moderation, war das parallel, lief irgendwie die Schöne und das Biest zu Sneak. Und das Klientel, was da reingegangen ist, zum einen viele Frauen natürlich, also im Verhältnis würde ich mal sagen zwei Drittel Frauen und die Männer, die da mitgegangen sind, die sind teilweise in Männerpärchen gegangen, ich sag es mal so. Also die, die wir so gesehen haben beim Reingehen. Doch schön, wo die Liebe hinfällt. Genau, also das, ja. Was startet denn diese Woche hier in Stuttgart? Ein Film, wo ich wahrscheinlich rein muss, aber da kommen wir später dazu. Auf jeden Fall muss ich nicht in den Folgen, nämlich die Hütte, ein Wochenende mit Gott, ein berührendes Drama über einen Vater, der nach der Entführung und Ermordung seiner Tochter eine Einladung von Gott erhält. Mit Octavia Spencer und Sam Wurfing, wenn mich nicht alles täuscht, hatten die Kollegen von Leinwandperlen den vor ewig langer Zeit mal in der Sneak Preview gehabt und fanden den furchtbar. Aber es könnte sein, dass ich das irgendwie durcheinander bringen. Aber da war auch irgend sowas mit Gott und sowas und könnte sein. Wo ich aber mit ziemlicher Sicherheit rein muss, die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Und zwar ist das jetzt der dritte Teil aus der Schlumpfreihe, diese Neuauflage. Der erste Teil war ja ziemlich cool, hat mich angenehm überrascht. Der zweite Teil war sowas von grottenschlecht scheiße, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, nie wieder. Aber der ist ja jetzt ein reiner Animationsfilm. Das könnte wieder gut werden. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir gut gefallen. Und die Kids wollen da rein. Ich hoffe, der läuft irgendwo 2D, dass ich mir das nicht in 3D angucken muss. Dann ein Film, den du schon gesehen hast. Es war einmal in Deutschland mit Moritz Bleibtreu und Antje Traue. Ja, haben wir schon vor zwei oder drei Ausgaben drüber geredet. Fandet ihr ziemlich gut? Ja, der ist ja auch sehr, sehr charmant. Nicht zu verschenken mit Danny Boone. Eine Komödie um einen notorischen Geizhals, der plötzlich mit den Ansprüchen einer Freundin und einer Tochter konfrontiert wird. Irgendjemand hatte den auch schon in der Sneak, habe ich schon in irgendeinen Podcast gehört. Dann Mind Gamers mit Tom Payne, Sam Neill. Worum ging es da jetzt nochmal? Ich habe hier nur das Poster. Steht überhaupt nichts da. Kannst du mal kurz gucken, worum es da geht. Ich mache da weiter mal weiter. Mind Gamers. Wie hieß es? Mind Gamers. Mind Gamers. Es startet noch Tiger Girl von Konstantin Film. Das war der Film, auf den hatte ich euch mal hingewiesen, ich glaube im November war das, liebe Hörer. Als ich nämlich mal den einen von Konstantin Film zufällig getroffen hatte bei einer Veranstaltung und der mir gesagt hat, dass Konstantin jetzt so eine spezielle Fördermittel bereitstellt für junge Filmemacher, die teilweise krasse Storys haben, die nie von der normalen Filmförderung irgendwie gefördert werden würden, um ihre Ideen umzusetzen. Die sind ja teilweise immer ziemlich gleichgespült, so wer da irgendwie Baden-Württemberg oder keine Ahnung irgendwo Geld herbekommt. Die müssen sich da ziemlich in Regularen unterwerfen, was da der Film aussagen darf. Und die haben das jetzt so gemacht, dass die quasi so kleine Beträge bereitstellen aus eigenen Mitteln, um Filmemachern so teilweise ziemlich krasse Storys zu ermöglichen. Der erste davon ist eben dieser Tiger Girl, der vom Trailer her einen sehr verstörenden Eindruck macht und der Film soll auch irgendwie ziemlich cool sein. Da geht es um eine Freundschaft zwischen einer Polizeianwärterin und einer totalen Rebellin. Trailer sieht echt geil aus, müsst ihr euch mal angucken, vielleicht ist das was für euch. Hast du schon was gefunden? Ich habe zu Mindgamers, ja. Mindgamers, worum geht es da? Da geht es um eine Gruppe junger Studenten besuchen eine Forschungseinrichtung für Quantenphysik, bekannt als DXM. Gemeinsam arbeiten sie an einem Projekt, dessen Ziel ist es, das menschliche Nervensystem zu überwinden und so ein drahtloses neuronales Netzwerk zu erschaffen. Also die wollen alle Menschen untereinander verbinden. Ein Computer-Krimi. Mit Sam Neill. Den kennen wir vorher. Sam Neill aus Schindlers Liste. Jurassic Park. Ja, natürlich auch. Spielen wir uns die Bälle zu. Aber Schindlers Liste war auch. Dann startet noch Free Fire. Das ist der Film, den wir, glaube ich, ein paar Mal getippt hatten von Ben Readley mit Sheltu Kubbley, Armie Hammer und Gillian Murphy. Wo die irgendwie in so einem Lagerhaus, wo es eine übste Schießerei ist, die da endlos ist. Irgendwie der ganze Film spielt nur in diesem einen Lagerhaus, wo die sich da gegenseitig beschießen. Lief in einigen Sneaks bei uns nicht. Komisch. Komisch, komisch. Oh, neuer Battle Royale Film. Ist das ein neuer? Oder ist das ein neuer Auflage? Battle Royale Survival Program. Horrorsatire um eine Menschenjagd auf einer Insel, die Kultstatus genießt und 2017 erstmals im deutschen Kinoland. Nee, das ist also der Originalfilm. Offensichtlich. Ja, den kenne ich ja schon. Habe ja schon einen Uncut hier auf DVD. Was haben wir noch? Das startet nicht. Das ist eine Dokumentation. Dokumentation. Oh, viele Dokumentationen gerade. Das startet nicht. Rattle the Cage. Ein Thriller-Kammerspiel in einem arabischen Gefängnis. Okay, dann sind wir durch. Das startet so diese Woche. Ich hoffe, liebe Hörer, für euch war was dabei. Vielleicht müsst ihr ja auch in die Schlümpfe, wenn ihr Kinder habt oder so. Die Schlümpfe. Mit Gargamel. Ach nicht, so schlecht sind die Kinderfilme manchmal nicht da. Exakt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe nur gelacht, dass du da rein musst. Serien. Ich weiß nicht, steht bei der Kate was drin? Oder hast du das mitgeguckt? Nein. Iron Fist. Nee. Nicht geguckt. Okay. Aber bei dir, Rubrik Games steht bei dir was drin. Old-Time-Hockey. Was ist das? Old-Time-Hockey ist ein unglaublich goldiges, lustiges Eishockey-Spiel, das jetzt erschienen ist auf der Playstation 4 im Augenblick. Kommt wohl noch für Steam auch raus und für die Xbox wohl auch. Oder gibt es vielleicht auch da schon, aber ich glaube für die Xbox noch nicht, aber soll kommen. Also irgendwie sowas. Ist ein altes, auf alt getrimmtes Arcade-Eishockey-Spiel. Super witzig. So 70er, 80er Jahre Eishockey. Dreckige Hallen. Es geht um eine Bier-Hockey-Liga mit völlig verschiedenen komischen Teams und völlig blinden Schiedsrichtern. Also es ist total lustig. So eine richtige, wir zocken mal wieder ein richtig blödel Eishockey-Spiel nebenher, das einfach Spaß macht. Weil es gibt dann auch verschiedene Schlägereien auf dem Eis hintereinander und die hören auch nicht auf zu prügeln, wenn man schon auf dem Boden liegt. Also es ist einfach herrlich. Und dadurch, dass es halt auch wirklich auf so alt getrimmt ist, also so ganz alte Sounds auch drin sind. Und also der Soundtrack an sich ist unglaublich gut. Das erinnert uns schon so ein bisschen auch an eine irische Kneipe teilweise. Es ist herrlich. Also wirklich herrlich. Es macht richtig viel Spaß. Und ich werde es bis zur neuen Ausgabe von Pausenthemen, muss ich es noch völlig noch ein bisschen mehr anspielen. Also ich habe es jetzt eine Dreiviertelstunde gespielt und kam aus dem Lachen teilweise nicht mehr raus, weil es halt auch Aktionen gibt wie, ja, wenn der Schiedsrichter eine Strafe anzeigt, fahr ihn über den Haufen, vielleicht vergisst du es dann. Und so läuft dieses Spiel ab. Also es ist richtig herrlich. Es macht richtig Spaß. Und sehr nach Speedball. Kennst du das noch? Ja, ein bisschen. Nur halt ist es halt Eishockey wie es halt früher war. Cool. Klingt sehr cool. Ja, Eishockey. Wer Eishockey mag, der unbedingt da mal reinklicken. Old Time Hockey. Kostet 18 Euro. Ist vielleicht, wenn man sagt, okay, ist ein bisschen hart für die Grafik und für das, weil der Spielspaß steht über allem. Das ist halt wieder das. Das ist so typisch, wenn der Spielspaß stimmt, ist die Grafik eigentlich egal. Okay. Apropos Spielspaß. Ich hatte ja mal erzählt von diesem Nintendo Switch Splatoon 2 Testfire und da haben wir festgestellt, dass wir auch dieses Problem haben mit dem Controller. Also ist wahrscheinlich der Fluch der ersten Generation. Liebe Hörer, falls ihr auch so ein Problem merkt bei eurer Nintendo Switch, sofern ihr eine habt, dass der linke Controller manchmal nicht so richtig reagiert. dann ist es tatsächlich ein bekanntes Problem. Der verliert dann manchmal die Verbindung und dann kannst du plötzlich nicht mehr lenken. Meistens dann, wenn es gerade sehr heiß zugeht im Spiel und man denkt dann erst so, ja, man hat nicht richtig gedrückt oder irgendwas. Aber tatsächlich, ja, wer das wissen will, wie das geht. Also es gibt so ein Programm von Nintendo, da kann man den einfach dann zurückschicken und kriegt dann irgendwie einen neuen, der funktioniert. Kann ich gerne den Link schicken, müsst ihr mich mal direkt anschreiben oder so. Oder wenn ihr das irgendwo, also ich habe es ja bestellt gehabt bei NetGames und da habe ich das direkt über Nintendo gemacht und so, hey, erst der NetGames, dann hätten die das hingeschickt. Ansonsten, wenn ihr es irgendwo gekauft habt, dann könnt ihr es natürlich auch gleich direkt dort abgeben, wo ihr es gekauft habt. Dann wird es häufig gleich vor Ort umgetauscht. Naja, bin ja mal gespannt, was auf der Gamescom alles so gezeigt wird dieses Jahr. Ja, also vielleicht, liebe Hörer, wer von euch da geht, an dem Dienstag und an dem Mittwoch bin ich da. Könnt ihr euch ja mal melden und kann man sich ja mal treffen oder so. Der Chris wird wahrscheinlich leider nicht dabei sein, oder? Nee, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen dieses Jahr. Aber es könnte auch sein, dass vielleicht so die, weiß nicht, in den nächsten Wochen, wenn da mal Sendungen ausfallen, nicht gleich erschrecken und hier das Schlimmste vermuten oder so, sondern da steht ein Umzug beim Chris an und so. Könnte es sein, dass... Warum sollte da etwas ausfallen, mein Freund? Ich weiß nicht, bei mir war das damals so, dass noch nicht gleich das Internet alles so da war und so. Mein Internet kommt morgen. Ah, das läuft ja bei dir. Und ich habe dann noch, ich glaube, diesen Monat noch, auch in meiner alten Wohnung, auch noch Internet. Also ich bin auf jeden Fall versorgt. Also jetzt mal, ich bin organisiert. Umso besser, umso besser. Und dann läuft ja alles. Ja, eben. Ansonsten können wir ja mal in die allgemeinen Themen jetzt reingehen. Da sind wir ja schon fast drin. Mit... Cates Filmrätsel. Was ich gemerkt habe bei den ganzen Einspielern, die ich so habe, sind eigentlich alle bunt durcheinander. Bei Cates spricht es die Cates selber, bei den anderen ist ja meine Tochter, dann am Anfang mache ich glaube ich sogar was oder... Ne, weiß gar nicht mehr. Falls es mal, falls es eine nette Dame gibt mit einer schönen Stimme, könnte ja unsere neue Station Voice werden. Ich wollte nämlich sowieso mal die ganzen Einspieler mal überarbeiten, dass die alle mal... Du könntest ja deine Frau fragen. Ne, die will nicht, habe ich schon gefragt. Aber vielleicht gibt es ja einen netten Fan da draußen oder so, sagt okay, ich spreche da mal zwei, drei Worte ein und bin dann Station Voice bei Kinocast. Ja, aber die Cates ist ja heute nicht da und da habe ich mir was rausgesucht und es geht um das... Achso, wir müssen ja das noch auflösen von letzter Woche. Ich glaube, es hat gestimmt oder so, die da alle was getippt haben, oder? Ich habe keine Ahnung. Das war Son of a Gun oder so hieß das und was ich so gelesen hatte, die das getippt hatten, ja, Son of a Gun, der Kirschert und der Thomas, ja, die hatten es beide richtig, ja. Ihr könnt euch diese Woche quasi den, euren Avatar bei Twitter oder bei Facebook mit einem Stern selbstständig ergänzen, weil ihr das richtig hattet, ja. Oder ihr dürft, ihr dürft unser Kinocast-Logo herunterladen und damit euer Bild ersetzen. Aber nur eine Woche lang? Nur eine Woche, ja. Oder ihr erratet das Neue wieder, dann, ja. Dann noch mal eine Woche. Genau, ich mache jetzt mal das Neue. Also, los geht's. Es geht, wie gesagt, um einen Film, der jetzt an diesem Wochenende, wo wir jetzt aufgenommen haben, im Fernsehen lief, im deutschen Fernsehen. Und ich habe natürlich alle Schauspielernamen und so weit es ging irgendwie ersetzt. Es ist halt nur die reine Story, die jetzt kommt und ihr müsst mal versuchen, um welchen Film es da geht. Es ist nicht ganz so einfach, es ist nicht ganz so der Riesen-Blockbuster oder, obwohl Sonne für Gun war, auch nicht so der große Film, aber okay. Jetzt mal einfach. Ich labere mal nicht länger. Los geht's. Die New Yorkerin war eben noch verlobt. Als sie sich am nächsten Morgen verabschieden wollen, merken sie plötzlich, dass die Wohnung über Nacht eingeschneit wurde und es für sie keine Möglichkeit gibt, nach Hause zu kommen. So wird aus einer Nacht ein längerer Aufenthalt als zunächst angenommen. Es ist nicht und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ein bisschen wie ein Porno. Habe ich da jetzt das Richtige genommen? Ich bin jetzt nicht sicher. Ich weiß noch nicht, aber so. Oh mein Gott. Und wir sind aufgewacht und waren komplett eingeschneit. Was sollten wir nur tun? Und wir waren alle nackt. Wie dieser Spruch. Gott sei Dank waren auch meine Freundinnen und ihr Freund eingeschneit. Wie dieser Spruch. Die Party war so scheiße, wenn ich meine Hose und meinen Schlüpfer eher gefunden hätte, wäre ich eher heimgegangen. Ja, genau. Naja. Also, ich bin gespannt. Ich schreibe es mal hier bei uns ins Dokument drunter, sonst weiß ich das nächste Woche nicht mehr, wie der Film hieß. So, jetzt kannst du da Chris zumindest mal lesen. Und dann bin ich mal gespannt, wer das rauskriegt. Das ist ja diesmal nicht so einfach hier. Vielen Dank an alle, die so ein kleines... Warum lachst du da? Das ist ein Porno. Bist du sicher? Hast du den jetzt gegoogelt oder? Der lief auch zumindest im deutschen Fernsehen. Ja, das ist es. Also... Nein, alles gut. Vielen Dank an alle, die auf Twitter oder auf Facebook oder irgendwas Fotos gepostet haben von den Gewinnen, die es gab. Nämlich die Bandoffeln von A Cure for Wellness und das Poster. Schön, dass ihr euch alle freut. Ich bin froh, dass ich jetzt die ganze Ladung hier los habe. Einen riesen Berg, den ich da auf die Post gebracht habe. Die arme Frau. Ich frankiere das ja immer schon vorher. Das heißt, unsere Postfrau, die hat da noch nicht mal was davon. Die darf es nur annehmen. Vielen Dank für alle, die da irgendwas gepostet haben und irgendwie einen Hinweis auf Kinocast. Wir können so dieses Teilen in den sozialen Netzwerken können wir ganz gut brauchen. Macht es ruhig bekannter, den Kinocast. Das erzählt es euren Freunden, die vielleicht noch nicht wissen, was Podcast ist und wie das geht und wie man das anhört und wie man es abonniert und so. Wäre schön. Und über iTunes-Rezensionen freue ich mich dann auch immer wieder, wenn da was kommt. Da ist aber auch schon länger nichts Neues dabei gewesen. Ich gucke gerade mal hier so live rein. Ich lade mal die Seite. Aber ich glaube, da war jetzt noch nichts wieder dabei. Ich kann ja erst mal die Kommentare von letzter Woche machen, während das hier lädt. Ja, mach das mal. Mach das mal. Die Steffa hatte geschrieben, sie hat sich live angeschaut, den Film. Und sie fand ihn anders, als sie ihn erwartet hatte. Sie hätte auf mehr Realismus und weniger auf Alien gehofft. Und sie fand ihn auch sehr brutal und sie hat ein paar Mal weggeschaut. Aber spannend war irgendwie, der Look war nicht so toll wie bei Graffiti, Interstellar oder Passengers. Und wegen der unglaublichen Plotholes und dem vorhersehbaren Ende gibt sie nur sieben von zehn erzeugte Firewalls wegen der extrem unrealistischen Darstellung der ISS. Achso, Entschuldigung. Da ist irgendwie fehlt das Satzzeichen. Also sie gibt sieben von zehn neu erzeugte Firewalls. Punkt. Wegen der extrem unrealistischen Darstellung der ISS und diversen Raumfahrtdetails habe ich diesmal keine Punkte abgezogen. Ja, sie ist da halt Expertin. Also wenn jemand, wenn die ISS irgendwo zu sehen ist, dann erkennt sie gleich, was, da ist doch keine Tür, das gibt doch gleich mal einen Punkt Abzug hier im Film. Genau, oder der Griff sieht doch ganz anders aus. Ja, oder dieser Knopf ist nicht rot. Das ist aber ungefähr so wie bei mir. Ich achte ja auch instinktiv darauf, wenn in einem Film irgendjemand einen Bogenschießen macht und ich erkenne dann gleich, könnte der überhaupt den Pfeil irgendwie wegbekommen auf die Art und Weise, wie er es macht oder ist das alles völlig Banane. Und meistens, wenn das Banane ist, dann reißt mich das so raus aus dem Film, weil ich denke, boah, furchtbar, können die nicht, haben die da niemanden, der die Leute trainiert? Und dann brauche ich erstmal wieder, bis ich in den Film so richtig reinfinde. Hier geht es halt genauso. Halt mit Raumfahrt. Der Super-Kofi hat sich sehr gefreut, dass er die Luise mal wieder gehört hat. Und er findet es immer wieder spannend, was so aus dem Hauptstadtstudio kommt. Und ja, es ist ja gut, dass wir unser Hauptstadtstudio haben mit Luise und Annemarie. Und ich habe jetzt auch schon eine Einladung verschickt, nämlich zu Guardians of the Galaxy 2. Der wird nämlich in Berlin auch so seine Premiere haben. Und ich bin mir fast sicher, dass unsere Mädels da mal hingehen werden. Und der Martin, der auch schon mal im Podcast war, der wird auch mal für den Kinocast mit hingehen. Und das heißt, irgendjemand wird uns dann brandheiß irgendwas drüber erzählen können über Guardians of the Galaxy 2. Ich finde es ziemlich schade, dass er nicht in Stuttgart gezeigt wird. Ich hatte es doch weiter, war da nicht irgendwas in Stuttgart auch drin, aber zu einer unmöglichen Zeit. Hamburg, München, Köln, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt. Achso, ja, da ist mal wieder Stuttgart ausgespart hier. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Der Thomas findet es übrigens auch schön, dass Luise mal wieder mit dabei war. Wunderbar. Jetzt gucke ich mal rein in die iTunes. Wo war das hier? Podcast Reviews heißt das Ding. Podcast Reviews. Aber ich glaube da, nee, das Aktuellste ist immer noch vom 17.1. von Herrn oder Frau Bingo Bar. Das Bingo Bar. Also ihr könnt jetzt der Aktuellste sein. Schreibt einfach eine iTunes-Rezension und gebt uns fünf Punkte. Es ist auch ganz wichtig, dass wir da wieder bei iTunes ein bisschen weiter oben erscheinen in der Liste von den TV- und Film-Podcasts. Da sind teilweise irgendwelche uralten Podcasts, die schon seit drei Jahren keine neue Folge mehr bekommen. Die sind da irgendwie vorne dabei. Das ist irgendwie ganz kurios. Ich weiß nicht, wie das abläuft da. Und irgendjemand wie wir, der jede Woche neue Folgen raushauen in die Welt. Mit Herzblut dabei sind. Yes, genau. Ja. Apropos Herzblut. Wenigstens unterstützen uns ja unsere Hörer, wenn sie auch nicht so viel schreiben bei iTunes. Aber es gibt einige, die was einkaufen über unsere Affiliate-Links, die auf der Seite vielfach zu finden sind. Also wenn ihr eh was bei Amazon zum Beispiel kaufen wollt, dann guckt da einfach mal oder klickt einfach so einen Link auf unserer Seite. Und startet dann von dort aus eure Suche oder vielleicht findet ihr ja gleich auch irgendwas, was euch gefällt. Und dann bekommen wir so eine kleine Provision, die wir dann zum Beispiel nutzen, wenn wir hier solche Gewinnspiele, solche Sachen verschicken oder sowas. Okay. Oh, da ist eigentlich wieder zusammengekommen. Und zwar für ein Samsung, eine Galaxy S8-Hülle, ein, oh was ist das, muss ich erstmal aufrufen hier, das sagt mir der Titel gar nichts. Free UK Pay G Trio Data SIM Card. Achso, da verreist offensichtlich jemand nach England, nach UK, also quasi ins nicht-europäische Ausland. Und hat sich eine SIM-Karte für Datenvolumen gekauft. Oh, das gibt es bei Amazon, wusste ich gar nicht. Ich habe letztens, nee, vor zwei Jahren habe ich für Frankreich mir da irgendwo einen im Internet bestellt. Das war auch krass, irgendwie so 30 Gigabyte für 10 Euro oder so. Total krass. Und das ist Frankreich, Nachbarland, ne? Und hier bei uns, was bezahlst du denn da, ey? Zu viel. Auf jeden Fall. Du hast auch erzählt, oder nee, der Fabi hat ja erzählt, irgendwie von Korea, ne? Hast du irgendwie... Ja, Korea ist richtig cool. Also da kriegst du ja alles, dann kriegst du auch volles LTE und alles für relativ wenig Geld. Also die haben da auch diese Wireless-Router dann, wo du direkt am Flughafen kriegst. Krass. Die sind uns da voraus. Ja, auf jeden Fall. So, was ist das? Razer Firefly Cloth Edition. Ein Mauspad. Kurz gesagt. Oh, ein Mauspad für 60 Euro. Hallo. Was ist da so teuer? Das ist beleuchtet rundherum. Und das ist alles. Oder ist da die Maus dabei? Cloth Edition. Mit RGB-Chroma-Beleuchtung. Für professionelle Gamer. Puh, okay. Wir haben professionelle Gamer unter unseren Hörern. Wow. So was geben wir. Ja. Was ist das hier? Ich muss alles hier... Achso, ein USB-Verteiler. Hat auch einen ganz kuriosen Titel. So, was ist das? Ein Nailstar-professionelle UV-Nagellampe, wo man seine Fingernäcke trocknen kann, nachdem er sie lackiert hat. Chris, was machst du damit? Meine Fingernägel lackiert. Okay. Eine Reisetasche von Crumpler. Die sind echt cool. Eine Reisetasche, Umhänge-Tasche mit Laptop-Fach. Dragon Ball. Dragon Ball League of Legends. Game Giant. Achso, ein großes Poster zu Dragon Ball. Ein Riesen-Poster. Okay. Okay. Für eure neue Wohnung oder? Nee. Nee. Garantiert nein. Dann Guru Kokosöl Nativ und Naturrein. Bio-Qualität. Mhm. Kokosöl. Macht jemand Schokolade drauf und isst es dann als Bounty. So, jetzt haben wir noch zwei Sagen. Echt viel. Vielen Dank. Star Realms. 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 White Wizard Games. Deck-Building-Spiel. Colony Wars. Englisch. Irgendein Kartenspiel, würde ich jetzt mal so sagen. Also die, die was bestellt haben, die können mir das gerne erläutern, was das ist. Weiß nicht. Ein Kartenspiel. Du bist doch mehr so in Spielen. Kennst du das? Colony Wars Star Realms. Äh. Nee. Nee. Okay. So, und ein was noch. Ein Hip-Hop-Hut. Das heißt direkt so. Hip-Hop-Hut. Also eine Mütze mit. Sieht aus wie eine Welle ist da drauf. Für Surfer wahrscheinlich. So richtig so ein. Hip-Hop. Hihihi. Hip-Hop. Hip-Hop. Hihihi. Hip-Hop. Wir haben eine Werkstudentin aus Kolumbien. Sehr nett. Die Maria. Und. Maria, Maria. Hat meine, ich höre mit meiner Kollegin zusammen bei uns im Zimmer, wir hören manchmal, wenn es gerade irgendwie, wenn wir ein bisschen Motivation brauchen, hören wir wirklich manchmal irgendwie so 90er Jahre Hip-Hop-Rap. Hip-Hop. Richtig, die bekannten Sachen, ne. Und da kam sie auch mal rein, ganz entgeistert, so. Ihr hört Rap-Musik. Ja, also das hatte sie wohl nicht gedacht. Das lief gerade irgendwie so ganz laut, Dr. Dre oder so. Ach nee, das war ja 2001, Entschuldigung, war doch nicht 90er. Ja. Okay, also viel Spaß mit der Hip-Hop-Mütze. Und also quasi so ein Basecap halt, ne. Vielen Dank an alle, die irgendwas bestellt haben von unserer Liste. Und wenn ihr was bestellt habt, was jetzt nicht vorgelesen wurde, ja, es gibt nicht für alles bei Amazon was. Ich habe das noch nicht so ganz durchschaut, für was es was gibt und für was es nichts gibt. Aber trotzdem, vielen Dank. Und wenn du nichts mehr hast, oder? Nee, ich habe nichts mehr. Nö. Dann sagen wir der Kate gute Besserung und hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Denke ich auch. Bis dahin. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. 1988 hatte ich mein Haus verloren. Ich hatte alles verloren. Die meisten wären daran zugrunde gegangen, aber ich nicht. Ich hatte einen Traum. Oh mein Gott. Wir haben eine Goldmine. Eine Goldmine? Wir haben eine Goldmine! Ja! Sie haben den größten Goldfund des Jahrzehnts gemacht. Wir reden hier von über 30 Milliarden Dollar. Wie fühlt es sich an, ein Rockstar zu sein? Dieses Gefühl kann man unmöglich beschreiben. Aber es ist faszinierend, wie ein bisschen Gold alles verändert. Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Uns war alles egal. Wir legten los. Und es wurde eine verdammt wilde Zeit. Siehst du diese Hände? Ich begrabe dich mit diesen Händen. Was ist bei dem Treffen passiert? Du willst die Wahrheit hören? Hier ist das FBI. Nein! 17 Milliarden Dollar sind über Nacht verschwunden. Ich wasse einen tiefer an! Ich habe mir gegeben, dass sie arm blieb und sie ihr das Land wegnehmen können. Ist eine große Bank. Zu groß. Das hat sie auch gesagt. Ab Freitag... Ich bin eine große Stärke. Untertitelung des ZDF, 2020